Wenn du wüsstest, wie sehr wir deinen Vater, den alten König Vegeta, gehasst haben. Sobald er herausgefunden hatte, über was für eine außergewöhnliche Kampfkraft Broly verfügte, tat er alles, um ihn ein für allemal loszuwerden. Ich will, dass ihr Paragos Sohn für immer zum Schweigen bringt. Das ist ein Befehl, klar? Was gibt's denn, Paragos? Sag schon, was führt dich zu mir? Mein Sohn Broly ist für euren Planeten bestimmt von großem Nutzen. Majestät, er kann mit Prinz Vegeta trainieren und ihm helfen, ein großer Kämpfer zu werden. Er ist sehr stark. Genau das ist es, was mir Sorgen macht. König Vegeta, ich flehe euch an. Fahrt zur Hölle, Paragos, zusammen mit deinem Sohn. Aus Angst, Broly könnte einmal eine Gefahr für ihn werden, befahl dein Vater, seinen Soldaten uns beide zu eliminieren. Seine Soldaten dachten auch, sie hätten den Befehl ausgeführt. Doch es gelang uns zu überleben. Brolys gewaltige Kräfte verhalfen uns zur Rettung und so entkamen wir beide einem sicheren, grausamen Tod. Und seither habe ich nur ein einziges Ziel vor Augen und das heißt Rache. Für die Rache lebe ich und der Rache habe ich all meiner Energie geopfert. Und endlich ist es soweit. Der Tag ist gekommen. Der Tag, an dem du sterben wirst, Vegeta. Ha, 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 ha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017